Servus, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute zuck mal wieder eine Runde, alles spitze! Alles spitze! Let's go! Komm, jetzt legt er los! Ah, jo! Na komm schon! Wir probieren jetzt mal was. Ein Zuschauer hat nämlich gesagt, ich soll mal was ausprobieren. Und zwar der Pyro4Life hat gesagt, von 4€ sollen wir mal runter teilen und dann in die Ausspielung drücken. Aber, hat nicht geklappt. Können Sie gleich nochmal probieren. Ich weiß nicht, was er da für Erfahrungen hat. Vielleicht soll er dann irgendwo oben stehen bleiben oder was? Aber wir können natürlich auch mal was größeres drücken. Vielleicht hat er mal Bock auf die 140. Oh, er hat gar keinen Bock. Das sieht schlecht aus. Ah, nur der Teufel. Aber jetzt komm schon. Jawoll, da ist er noch! 140! Nice! Ich dachte schon, er hat keinen Bock heute. Aber zum Glück geht doch was. Können wir auch mal mit 6€ in die Leiter drücken, weil 4€ zu kriegen ist schwierig. Können wir trotzdem runter teilen. Wir müssen aber einmal drücken. Wir müssen aber einmal drücken. Okay und treiben wir es runter. Dass wir in die Ausspielung kommen. Nein. Wäre doch nicht. Komm, wir probieren es nochmal. Einmal müssen wir. Jetzt wird schon wieder auf Start gedrückt. Jetzt teilen wir erstmal runter und jetzt sollte er mal in die Ausspielung gehen, jawoll. Aber will er leider nicht. Vielleicht hast du gute Erfahrungen damit gemacht, also ich habe es jetzt 3 mal probiert. Leider nicht wirklich gut geworden. Komm, wir nehmen mal die 52 Möx. Schön, sind wir schon wieder gut im Plus. Ja, wenn ihr andere so Tricks oder Spielewünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gern für alles neu offen. Gern mal was ausprobieren, ob das jetzt ein neues Spiel ist oder auch irgendwelche Sachen, wie er gut hochgehen soll. Uh, ja. So geht er auf jeden Fall gut hoch. Komm schon, gern noch eine Münze. Ach, komm schon. Ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann probier es jetzt gerne aus. Ja, komm. Die drücke mal. Komm, 32. Langsam Stück für Stück hocharbeiten. Langsam Stück für Stück hocharbeiten. Ach, komm. Gönn doch mal was hier. Das Spiel da wieder voll runter. Komm schon. Hau mal was raus. Alter. Ja, da bin ich schon. Junge wäre es ja mehr Teufel wie alles andere. kommen wir drücken was für ein kampf jetzt gönn noch mal die 140 komm schon er gönnt mich der Teufel gönnt sich ich hatte eben schon überlegt zu drücken boah Junge nur Teufel aber jetzt komm geh doch mal hoch ja komm schon komm komm jetzt noch rein und drücken wir jetzt drücken wir nochmal her er geht direkt runter es kann doch nicht sein ja die Sonne jetzt alles noch nix er gibt die 140 komm schon alter er geht einfach runter gar keine Chance wow 8 Cent ne leider alles verzockt wenn es euch trotzdem gefallen hat gerne Daumen nach oben da lassen abonnieren nicht vergessen und wie gesagt Spielewünsche oder auch andere Vorschläge Anregungen einfach in die Kommentare ich lese mir alles durch und beantworte euch und dann bis zum nächsten Video Ciao Ciao